Liebe Gemeinde, hier an ungewohnter Stelle. In diesen Tagen wird die Welt durch den Coronavirus erschüttert. Wir sind alle gespannt, wie sich die ganze Lage entwickelt und welche Folgen dies alles auch ganz praktisch noch für uns hat. Aufgrund der aktuellen Lage wollen wir den behördlichen Ratschlägen und Anweisungen Folge leisten und sagen deshalb dem kommenden Gottesdienst, am 15.03. ab. Die kleinen Gruppen können vorerst stattfinden. Als Christen dürfen wir unsere Häupter aufrichten und voller Hoffnung und Vertrauen auf Jesus Christus sein. Die größte Stärkung und Zuversicht finden wir nach wie vor in der Heiligen Schrift der Bibel. Dort lesen wir im Psalm 103, Vers 19. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Wie trostvoll ist es zu wissen, dass Gott nach wie vor auf dem Thron sitzt und der über alles regiert, auch über den Coronavirus. Wir haben hier in der FC Gepregenz ein kleines Fernsehstudio eingerichtet, wie ihr ja bereits erkennen könnt. Und erstmalig in der Geschichte der FC Gepregenz wird der Gottesdienst per Livestream am Sonntag ausgestrahlt. Diesen Gottesdienst werden wir gemeinsam mit der FC Gepregenz feiern. Freut euch auf Wahrheiten der Schrift mit Pastor Mike Clark und mir, Simon Jocham. Außerdem werden wir weitere Predigten aufnehmen und auf die Homepage stellen. Wir ermutigen alle Geschwister, die Bibel neu und intensiv zu lesen, im Gebet Gott zu suchen und in einem regen Austausch dank neuer Medien untereinander zu sein. So wie wir, so damit wir voneinander hören und uns gegenseitig helfen können. Bitte lasst es uns wissen, wo Hilfe benötigt wird. Alle Infos werden wir auf unserer Homepage stellen. Seid gesegnet, die Ältesten der FC Gelindau.